Und, wie viele Weiber hast du in den letzten Monat geknallt? Ich vögel ja nur besoffen, ne? Ja, ja. Also deswegen kann ich gar nicht mehr erzählen. Was ist denn bei Frauen wichtig für dich? Ja, muss richtig eng sein, ne? Pimmel muss kitzeln, ne? Große Brüste. Ja, Riesen. Richtig. Geht gar nicht anders. Silikon, magersüchtig und richtig eng. Ich vögel ja auch aus Mitleid, ne? Ja. Du nicht? Natürlich. Ja. Wie sieht's aus? Wollen wir? Start. Start. Du fängst an? Ja. Okay. Guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, finde ich auch voll toll, ja. Bei Lass mal reden. Das ist kein Sinn, ey. Das ist irgendwie so ein Wiener. Komm mit. Hallo und herzlich willkommen bei Lass mal reden, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zwei Monate lang haben wir uns Zeit gelassen. Zwei Monate. Diese Folge vorzubereiten und wir haben ein großartiges Thema. Liebe Grüße an Bibi. Bibi ist schwanger. Bibi ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein großartiges Thema und zwar heißt es AWL-WWW-U-W-U-M-S-W. Extended. Was hast du in den letzten Monaten gemacht, mein Schatz? Ey, ich hab hier gewartet auf dich, ne? Ich hab die ganze Zeit verfolgt, was du so machst. Ich bin der größte Fan. Welcher Serie spiel ich denn mit? Aha, so kennen wir ihn. Ja, da wollte ich dich mal was fragen. Mach mal. Wie läuft's denn so? Weil ich weiß gar nicht mehr so richtig Bescheid. Am Anfang war der Hype groß. Ja. Ich habe geguckt. Ja. War geil. Hast du wirklich? Ich habe geguckt. Ja. Ich wusste alles. Aber dann ist es dann schon so, dass ich auch mal wieder Berlin Tag und Nacht gucken muss. Ja. Was ist passiert? Ja. Was ist passiert? Lebst du noch? Nee. Du spielst schon. Ich weiß ja, ne? Darf ich das eigentlich sagen, dass du den Geist spielst? Wenn du stirbst und dann bist du der Geist und läufst dann auch so rum? Darfst du sagen. Darf ich sagen. Ja. Aber solltest du nicht. Ach, sollte ich nicht. Müssen wir hier rausschneiden an dieser Stelle. Ich bin immer noch da dran, diese Superkraft-Story durchzusetzen. Ja. Und? Wird das so? Aber die als Geist... Was ist denn deine Superkraft? Der große Intelligenzquotient? Ja. Der größte Intelligenzquotient aller Zeiten. Wir reden übrigens über die allseits beliebte Serie Alles, was zählt für die da draußen, die das nicht wissen. Ich kriege nie genug. Facebook, Montag bis Freitag, 19.05 Uhr bei RTL. Ja, ich möchte hier aber auch gar nicht lange über mich reden. Erzähl mal was über dich. Was macht der Ausschlag? Ist weg inzwischen. Ja? Ja. Habe ich mir ablecken lassen von... Katja Grasewitsche. Katja Grasewitsche. Oh. Habe ich mir schon so ein bisschen gespoilert, ne? Ja. Also es ist die letzten Wochen viel passiert. Wollen wir einfach mal kurz Schlagwörter raushauen? Ja, Schlagwörter. Weltmeisterschaft 2018. Habe ich in Voraussicht alle Highlights mal zusammengeschnitten. Die zeigen wir jetzt direkt. Ja, das war's. Alle Highlights der deutschen Mannschaft natürlich. Ja, war natürlich großartige WM. Nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Fußball jetzt im Moment. Ich bin nach der Vorrunde tatsächlich auch ausgestiegen gedanklich, ne? Gedanklich, ja. Das hat man im Tippspiel übrigens gemerkt, ne? Dass du gedanklich ausgestiegen bist. Ich glaube, ich war vor dir. Das war alles in Ordnung. Aber der Sommer war doch generell sehr, sehr schlecht. Schlecht? Ekliger Sommer. Viel zu heiß. Alles nicht gut. Ich hasse den Sommer 2018. Das ist ja kein Scheiß. Ich glaube, weil wir... Letztes Jahr haben wir wirklich krass geflamed über den Sommer. Ja. Und Gott hat gesagt, Challenge accepted. Heute ficke ich euch richtig durch in Deutschland und hat eine Million Grad gemacht. Ja. Ehrenbruder Sommer dieses Jahr, muss man sagen. War krass. War krass. Ich habe es geliebt, Mann. Ich stehe ja drauf, Mann. Ich stehe ja auf 40 Grad, nur schwitzen. Und wie stehst du dann zu diesen ganzen Haltern, die sagen, mir ist es warm. Und außerdem, aber wenn du im Bus bist, dann ist es sehr, sehr warm. Ja, es ist warm. Könnte ja auch mal wieder regnen. Nein, nein, nein. Was haben wir davon? Guckt mal bitte jetzt in dieser Sekunde aus dem Fenster. Guckt mal aus, ja. Es ist Scheißwetter. Wir haben Ende August und es ist Herbst, ey. Und alle Leute, die da draußen über den Sommer geschimpft haben, sind schuld. Ja. Ja. Das stimmt. Machst du ja eigentlich immer die ganze Zeit Spitzklavier? Ich spiele Klavier, ja. Sing mal dazu. Ich finde den Sommer schön. Sommer? Sommer, ja. Die Moderatoren-Schule, du hast es mir geklaut, ne? Ja. Hast du denn bei deinen Kollegen von RTL, Qualitätsformat Sommerhaus der Stars, hast du es geguckt? Selbstverständlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe wirklich nichts geguckt. War denn ein Star drin? Ich war nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, die Einzige, wo ich weiß, dass sie drin war, war Michaela Schäfer. Oh, wusste ich gar nicht. Ich glaube, die war drin. Deine ehemalige Kollegin von Hand aufs Herz, ja, ja. Nee, ich wusste nur, dass der Zuheld da drin war. Der Mann von, äh, der... Die jetzt bei Promi Big Brother ist? Ja. Wollersheim. Wollersheim. Nee, die heißt nicht mehr so. Die heißt jetzt nicht mehr so. Nee, aber der Typ heißt auch so. Die heißt jetzt irgendwas mit Nova oder sowas. Nee, Las Vegas heißt die. Ach, Las Vegas, ja stimmt. Es gibt so Trash-TV, das gucke ich total gerne. Ja. Äh, Bachelorette, äh, Pony Big Brother, kommen wir drauf auf. Ja. Mmh, ähm, ähm, äh, da werden wir dann wieder drunter kommentieren. So, äh, hat der einen wieder lustig, ne? Ja. So machen die das, so machen, so machen die Talkies das. Die Talkies machen das nicht so. Die Talkies, doch. Nee, schön auf Kosten der anderen kann er immer nur. Ja, stimmt gar nicht. Warum zuckst du nun nicht, wenn ich dich schlage? Weil du einfach nicht gefährlich bist. Ey. Ja, ja, gefährlich, Rätsel. Wie so ein E-Din. Was wollte ich sagen? Ja, Sommer aus der Sars habe ich nicht geguckt. Aber, ähm, es kommt jetzt so eine Menge dieses Zeugs, was ich eigentlich nicht gucke. Ja. Vor Pro Jahr kommt, äh, Global Gladiators. Darfst du Sat.1 sagen oder verbrennst du dann? Nee, darf ich nicht. Also Pro Sieben und Sat.1 darf ich nicht sagen. Krass. Aber, äh, hast du Bock drauf? Ich finde, das ist ganz schön viel. Vor Pro Jahr fand ich ja immer geil. Vor Pro Jahr kam immer so ein bisschen vor, wie MacGyver für Erwachsene. Weil das so mit, äh, der Schlüssel hängt da oben und dann musst du, äh, mit der Angel und dann musst du es kriegen. Fand ich immer super, aber, äh, ist ein bisschen ausgelutscht. Und die Leute, die da mitmachen, wen habe ich gesehen in der Vorschau? Irgendwelche No-Names. Ben? Ben. Wer ist denn Ben? Selbst Engel weinen, Engel leiden. Den habe ich nicht erkannt, mit Haaren. Oliver Pocher? Oliver Pocher, ja. Ross Anthony? Ja, Ross, den mag ich. Den mag ich. Zehn! Muss bitte Zehn! Mhm. Kennst du das nicht mehr? Nee, ähm, aber sonst weiß ich gar nicht. Und Global Gladiators, oder sind die alle bei Global Gladiators? Das kann auch sein, dass ich zusammen bin. Casala ist irgendwo drin. Casala. Der ist auch wieder irgendwo drin? Ja, klar. Das ist schon eine krasse Maschinerie, die da... Und Jessica Paschka! Nee. Doch. Wo? In irgendeinem dieser beiden Dinger. Echt? Ja. Aber nicht bei Global Gladiators. Ich glaube, bei Global Gladiators ist Sabia Boularus drin. Kennst du Sabia Boularus noch? Das ist die... Von der Fahrt. Von der Fahrt. Von der Fahrt. Von der Fahrt, ja. Von der Fahrt. Da musste ich übrigens dran denken, als ich mir überlegt habe, könnte das sein, dass es die deutsche Paris Hilton und Kim Kardashian ist? Nein. Oh. Ja, so. Aber jetzt kommen wir doch mal zur Qualität... Lukas Kordal ist es noch dran. Aha, danke, dass du das noch gesagt hast. Das ist mir wichtig. Danke. Ja. Darf ich? Wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie und Tschüssi. Und ich gehe. Oder was? Nee, und wollte ich nochmal kurz Dieter Thomas Heck einwerfen. Auch bekannt unter dem Namen Dieter Thomas Heck. So. Weiter geht's. Also was wolltest du jetzt sagen? Du wolltest was sagen? Kategorie und Tschüssi ist vorbei. Aber vielleicht machen wir... Wenn die Folge etwas später rauskommen, dann würden wir vielleicht auch noch Jürgen Dreser bin. So, machen wir jetzt weiter. 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 Wollen wir mit Promi Big Brother anfangen? Ja. Promi Big Brother. Hast du geguckt? Hab ich geguckt. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Wie findest du das Moderatoren-Team? Ist ja nicht mehr Jochen und Jochen. Das war super Witz. Also die Typen, die haben richtig... Als sie das vorgeschlagen haben damals in dem Meeting... Kannst du dir vorstellen, wie sie das gemacht haben? Leute. Jochen und Jochen. Jochen, Jochen. Findest du das ein Affe? Nein, nicht die beiden Moderatoren, sondern das Team, das das vorgeschlagen hat, Mann. Nee, wie findest du denn... Erstmal, wir haben ja unser Intro, haben wir ja schön nah an Big Brother angelegt. Ja. Ein ekelhaftes Gespräch. Ein ekelhaftes Gespräch, Leute. Für alle, die bis jetzt zugeguckt haben und sich fragen, warum wir über sowas reden. Katja Krasewitsche und Catherine... Kessrin. Kessrin. Sagt sie, sie heißt Kessrin? Sie heißt Kessrin. Warum macht sie das? Ja, weil sie so heißt. Sie heißt doch nicht Kessrin. Sie heißt doch nicht Kessrin. Na, wie heißt sie denn dann? Ja, genau. Ja, das war schon eklig. Und sind wir mal ehrlich, wir müssen uns nochmal sagen... Muschi muss kitzeln? Hat sie wirklich so gesagt, ja? Hat sie so gesagt, glaube ich. Und sie vögelt nur besoffen. Und aus Mitleid... Aus Mitleid finde ich ja ganz okay. Da hätten wir jetzt noch eine Chance gehabt, aber... Ja, aber das war schon... Das war schon Grenze. Aber jetzt, wir wollen natürlich deine Chronologie nicht ganz auseinanderbringen. Und hast du gecheckt, ob der Ton noch aufgenommen wird? Wird noch aufgenommen, ne? Wird noch aufgenommen. Wäre aber vielleicht besser, wenn er nicht aufgenommen worden wäre. Muss kitzeln. Wow. Weiter, bitte. Marlene Lufen und Jochen Schropp. Marlene Lufen mag ich, ja. Ihr Fake-Smile finde ich richtig professionell. Findest du nicht Milf? Milf, ja, total. Würdest du? Wir haben noch die Würde-Liste, müssen wir noch machen. Für Big Brother? Ja. Oder für den ganzen anderen Müll? Nee, für Big Brother. Wir haben für Big Brother, ne? Ich finde die beiden großartig zusammen. Großartig? Ich finde die wirklich super zusammen. Krass. Nee, ich finde die beiden richtig, richtig gut zusammen. Ja, geil. Na dann, Heimat ist es einfach. Nee, Marlene, ja Marlene fand ich ja ganz gut. Die ist ja vom Frühstücksfernsehen, ne? Ja. Du guckst ja ständig. Guck ich ständig. Guck ich jeden Morgen. Ich weiß. Ja, das ist ja nicht mal. Und warum guckst du nicht Punkt 6 und so? Wir werden jetzt übrigens in nächster Zeit öfters wieder Lass-Mach-Eden machen, weil ich gefeuert werde von RTL. Da bin ich mir relativ sicher. Das will ich nicht hoffen. Nee? Nee. Also, dass wir es öfter machen. Ja, die beiden Moderatoren finde ich super. Wie findest du die Leute, die da drin sind? Sind ja schon einige rausgefallen. Wir steigen gerade. Sind einige rausgefallen? Wir steigen, naja, ein paar sind schon raus. Oh Gott, ich glaube, ich bin ja auf dem neuesten Stand. Ich weiß nur, dass der mit der Brille und dem komischen Haar, den... Also der, der, der... Genau, Mike ist raus. Ja. Gestern ist Nicole rausgeflogen. Die Schauspielerin seinerzeit, glaube ich, beim Marienhof gewesen. Ach ja, die hatte so ein hartes Leben, ne? Ja. Als Tochter von Gabi Böttcher, da hast du schon ein hartes Los. Ja. Wer ist denn noch raus? Wer ist denn als erstes rausgeflogen? Sophia Vegas, oder? Nee, die ist ja aufgrund der Schwangerschaft raus. Als erstes ist freiwillig dieser Reiche, der immer Sex wollte, direkt am Anfang an. Ach so, ja. Ja, was dachte der sich denn, was da los ist? Du weißt ja auch, wie... Ich fand seinen Auszug aber ziemlich nice, als er gesagt hat so, ja, ich miete mir jetzt hier die Luxussuite, in dem ist doch egal. Und dann sagte einer, Geld ist nicht alles. Doch, doch, Geld ist ja wohl alles. Das ist so ein richtig ekliger, so im Bademantel, ne? Wie findest du den Knutsch-Bachelor? Wie findest du den? Ist halt... Ist halt der Knutschbächer, ne? Ist aber... Ich finde, er hat sich beim Bachelor genauso gegeben. Ja. Ist der so? Befürchte, ja. Das ist krass. Ich fand... Wie findest du Katharine? Katharine. Katharine war früher bei... Würde oder nicht würde? Bei Love Island war die. Ne, ne, vorher war die aber bei Curvy Supermodel oder so. Bei Curvy Supermodel? Die war wohl mal Dick und dann war die bei Love Island und ich finde, wenn man sie so sieht... Na, bei Superhirn war sie nicht. Ne, war sie definitiv nicht. Wenn man sie so sieht, ich finde, ist ganz niedlich, so vom Gesicht her. Ich finde, es ist eine niedliche, wo man sagen würde, würde ich gerne knuddeln. Aber so wie sie halt einen Satz sagt, ist halt wirklich vorbei, ne? Echt, ja? Ich finde bei ihr... Also, wie drücke ich das nett aus? Ich finde, sie ist jemand, der geschminkte Augen gut stehen. Und ungeschminkte nicht. Die findet sie aus wie so ein kleines Schweineauge, muss ich sagen. Ja? Die hat so Schweineaugen, wenn sie ungeschminkt ist. Das ist doch ganz niedlich. Ne, das sind so Schweineäuglein. Aber das ist doch niedlich. Ne, finde ich nicht. Wie findet ihr das? Hat das Charme? Ach, die ist stuller. Da vergeht einem es. Wenn die quatscht, ist es vorbei. Muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Wer war da? Wer ist da noch drin? Ach, dieser Sportler. Wie heißt der? Pascal irgendwas? Pascal Beeren. Ey, ja komm. Der war ja auch quasi nicht existent. Aber der war der Einzige, der ein Promi war. Hat Sophia Vegas gesagt, weißt du? Da haben alle so geguckt. Wie kann ich das dann? Ja, Sophia Vegas. Also überspringen wir den Sportler? Ich finde die eigentlich ganz nett, Sophia. Aber ich glaube, die hat übertrieben an einer Schüssel. Das ist eine arme Seele, glaube ich. Ich finde sie aber eigentlich auch, die ist nicht so dumm. Und das ist das Ding. Aber warum macht sie dann sowas mit ihrem Rhythmus? Ja, weil... Weil sie doch einen Sprunger schützt. Na, weil irgendwas ist da kaputt. Aber prinzipiell erstmal, du kannst pauschalisieren, alle. Irre. Alle therapiebedürftig. Alle Irre. Alle Irre. 100%. Alle Irre. 100%. Also ich glaube auch, dass wir beide therapiebedürftig wären. Echt? Glaube ich. Ja. Meinst du nicht? Nee. Also ich finde, unsere Anziehung zueinander ist nicht normal. Da müssen wir mal drüber reden. Weil sie so stark ist. Weil sie so stark ist. Ja, weil wir... Du guckst mir auf die Lippen. Weil wir gefühlt... Du leckst sie aber auch über Triebe. Ich lecke sie. Aber ich bin froh, dass du es wahrgenommen hast. Ich lecke sie seit 10 Minuten und ich denke mal, guck dir mal... Und du machst diesen ekligen Dreiecksblick. Du guckst mir ins ein Auge, dann ins andere. Dann guckst du mir auf den Mund, wie du immer deine Groupies rumkriegst. Und ich mache so. Ich mache so ein Auge. Wer ist das? Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht erklärt er das. Ja. Ich habe so gelacht, weil ich den einen so witzig da drauf finde. Finde ich da was witzig. Na. Du, du laust... Ah. Chris. Also ich muss jetzt mal... Nee, geht jetzt hier. Chris bringt mir so eine Nachricht. So eine Sprache. Ich mitte in der Nacht. Wo er lacht. Wie Alfonso. Was ist los mit dem Alfonso? Ich hasse den, ne? Ich hasse den. Echt? Wieso? Weil er mir auf die Nerven geht, der Typ, Alter. Der ist doch die gute Seele im Haus. Ah, ja. Mini Maus. Was ist los? Was hast du mit dem Problem? Oh. Was hat der... Du hast den schon bei DSDS nicht gemacht. Ja, ich mochte ihn überhaupt nicht, ne? Wie findest du Cora Schumacher? Ich weiß nicht, wie ich von Äußerlichkeiten auf Cora Schumacher komme. Just Cora. Wow. Nicht, dass wir jetzt hier verraten haben, dass es die Ex von Schumacher ist. Sondern das ist Just Koma. Just Koma. Just Koma. Ne, das ist ja ihr Schwager. Achso. Ja, wie geht's Komi eigentlich? Äh, Schumi. Ja, das würde mich nochmal interessieren. Du bist jetzt auf jeden Fall auf 2.1. Für 2.1 darfst du jetzt nicht mehr. Was war denn? Es passiert so selten. Aber ich schäme mich für den Satz. Nee, brauchst du nicht. Fand ich völlig in Ordnung. Das ist aber ein Andi-Satz. Ja, Cora. Just Cora. Just Cora. Oder wie Pornorale sie immer gesagt hat, Hardcora, ne? Ah, ist das nicht... Wo kommt denn Hardcora her? Hardcora? Ja. Hardcora war auch mal eine Big Brother-Bewohnerin. War eine andere, ne? Ja, die ist dann auch gestorben. Wow. Also gut, auch Hardcoma zu ihr auch passen. Das ist ein bisschen krass. Ein bisschen gemein, ne? Ja, wie findest du die? Scheiße. Okay. Wie findest du Silvia Wollny? Oh, ich dachte, die ist voll scheiße. Aber ich find sie eigentlich ganz nett. Echt? Ja. Ich fand, wie sie sich den Kaffee geordert hat beim Einzug fahren von Herrn Földs, fand ich ganz nice. Da kann ich mich an deinen Sprachnachricht erinnern. Fand sie lustig. Ja. Was hab ich gesagt? Ist lustig gewesen. Ja, war sehr lustig. Ja. Fürst Heinz von seinen Wittgensteinen. Ja, aber der ist raus. Nur in Namen, nein. Catherine haben wir gemacht. Johannes Haller. Johannes. Der Rosenbruder. Der Rosenbruder. Ich glaube, der ist nicht ganz so... Ich finde den ja ganz nett. Es ist krass. Wir haben ihn bei der Bachelorette zerrissen in unserer Folge. Ja. Und der macht sich gut, der Mann. Ich finde, er hat ein gewisses Benehmen. Er integriert alle so in Gespräche und so. Finde ich, macht er ganz gut. Ich traue ihm. Ich nehme dir das vollkommen ab. Und ich finde auch verblüffende Ähnlichkeit mit dir langsam. Ja, das ist meine Schwester. Wir sind Zwillinge. Zwillingsschwestern sind wir. Das sind die Zwillingsrosen. Ja, Zwillingsrosen. Nee, ich finde, der macht sich auch wirklich gut. Was sagt Jelis dazu? Er hat mit Catherine gefögelt. Mehrmals. Besoffen. Hannes? Die ersten so ein Jahr hatten, hat er gesagt, Friends with Benefits. Vorher weiß ich nicht. Hat er gesagt. Hat er echt gesagt? Hat er gesagt. Er und Catherine waren... Ja, aber richtig. Richtig. Johannes. Ja. Friends with Benefits hat er gesagt. Und deswegen, er nimmt ja auch nicht ab. Und das sind ja die neuesten Erkenntnisse. Laut Bild. Weil Freunde von Catherine haben den WhatsApp-Verlauf von ihr und Daniel Fölz irgendwie rausgehauen. Und Daniel Fölz und Catherine kennen sich schon länger, haben auch... Haben auch Würstchen ins Brötchen gemacht. Ja. Und, ähm... Haben sich aber vorher abgesprochen, dass sie sagen, sie kennen sich nicht, sie hatten noch nie was mit... Bullshit! Bullshit! Das haben die nicht gemacht. Doch, haben sie... Bullshit! Wirklich? Das haben die nicht gemacht. Doch, und deswegen... Vor der Sendung sich absprechen, dass sie eine Liebesbeziehung machten. Bullshit! Und dass sie sich aber vorher nicht kannten. Umut Kickeli hat die Ochsenknechte gesagt, er war auf Tinder aktiver als im Haus. Kickeli. Umut. Ja. Den finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Umut, ja. Den finde ich super spannend. Mike ist raus. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, ist einer der Geheimfavoriten. Ach, echt? Ja. Ja, du bist halt... Du bist halt nicht die geheime Liste. Ich glaube, die interessanteste und ich glaube, die hat auch 24 Millionen dafür gekriegt, um da reinzugehen, ist Katja... Oh, glaubst du, die haben eine Vokage gekriegt? Ja, richtig. Richtig, richtig. Was sagst du zu Katja? Money Maus. Katja ist so... Katja ist seit den letzten zwei Folgen echt schwer, drüber zu reden. Seit diesem... Seit ihrem Geständnis. Ja. Vorher hätte man so ein paar Witze machen können. Ja, und jetzt? Erst recht. Findest du? Ihr Bruder hat sich umgebracht. Krass. Ja, und der andere ist an Krebs gestorben. Echt, ja? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und ich finde, und das ist... Der eine... Erklärt einfach alles. Das erklärt so ganz viel... Nein, 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 nein. Das erklärt einfach ganz viel. Ja. Sie macht das, weil sie Liebe braucht. Ja. Oder? Ja. Tut sie dir ein bisschen leid? Ja. Tut sie mir wirklich? Ja. Deswegen finde ich das so schwer, dass wir die Folge jetzt nach diesem Geständnis aufnehmen. Vorher wäre Lustiger geworden. Ja. Das wäre auf jeden Fall Lustiger geworden. Aber du hast Mitleid mit ihr, vielleicht hat sie auch Mitleid mit dir und dann kommen da viele kleine... Würdest du? Sie hat ihr Kind abgetrieben, ne? Sie weiß nicht von wem. Das hätten wir in der Kategorie Unschüssi erwähnen können. Wollen wir noch schnell unsere Würde-Liste machen? Ja. Nicole. Würde. Würde. Und du? Die Schauspielerin, die jetzt rausgeflogen ist. Die alte. Ja. Ja, Würde. Die erinnert mich ein bisschen an Michelle Pfeiffer von Gangster Paradise. Okay, würde ich nicht. Ähm, Cora Schumara. Würde. Würde ich nicht. Es hat sich die letzten zwei Monate offensichtlich bei mir in der Menge verändert. Vor allem würde ich da ihren ekligen Pickel an der Backe gerne ablecken. Sophia Vegas. Würde. Würde. Sophia wollen, ne Silvia wollen, die wollen, die wollen. Nummer 12 muss kommen. Oh come on. Würdest du? Ja, klar. Catherine. Nee. Wirklich nicht? Nee. Würde. Ähm, Katja. Mit den jetzigen Erkenntnissen. Vor dem Beständnis nicht, danach ja. Okay, bei mir ist es umgekehrt. Vorher Würde. Ja, und jetzt nicht. Ah ja, jetzt kann ich mit meinem Gewissen, kann ich nicht. Wirklich nicht. Komm ich in die Hölle. Also ich komme nach dieser Folge sowieso in die Hölle, aber. Ja, Promi Big Brother. Also wenn wir nicht verklagt wären, dann haben wir Schwein gehabt. Ja. Wollen wir uns auf die nächste Klage ankommen lassen? Ja. Erzähl mal was über die Bachelorette. Da bin ich von mir dolle enttäuscht, muss ich sagen. Oh, bist du dolle enttäuscht von dir? Weil ich habe die erste Folge geguckt. Ich habe nichts anderes geguckt. Ich habe es nicht geschafft. Die Bitch Lorette war gut. Wie findest du Nadine Klein? Klein! Wie findest du die? Wie findest du die? Ja, ja, ja. Ich muss ja sagen, die ist ein bisschen zu alt. Die ist mir auch zu alt, ja. 2 in 3, 3 in 33 oder so ist sie, ey. Das ist ja schon. Also für alle da draußen, wir haben schon mal über den Bachelor gesprochen und da war halt Nadine Klein drin und Nadine Klein hat beim Bachelor schon immer gesagt, sie ist so alt, sie stirbt ja fast, sie fällt ja fast ins Koma und zerfällt in Asche, weil sie ist ja alt. Jetzt ist sie die Bachelorette. Ich muss ja sagen, sie war aber eigentlich so die Normalste. Das stimmt schon, ja. Ist aber optisch sehr angelehnt an Jessica Paschka am Anfang. Stimmt, ja. Ich fand die eigentlich immer ganz Goyle. Echt? Ich find sie auch nicht schlecht, jetzt so von der Optik her. Von der Optik her? Von der Optik her. Von der Optik her ist nicht schlecht. Und deswegen eigentlich ein sympathisches Mädchen, ja. Aber die hat einen Typen an der Seite. Ich glaube, der gewinnt auch. Ja. Alex heißt der. Alex? Also der Typ, der hat's drauf. Da können wir uns auf eine Scheibe abschneiden. Dein Ohr wird ganz steif. Ja. Nicht nur das, wenn ich an Alex denke. Oh. Also Alex ist echt, Alex ist echt ein toller Typ. Musst du mal gucken. Wie sind denn die Typen? Ja, wir fanden in der ersten Folge... Alex ist ganz cool. Wirklich? Alex ist wirklich ganz cool. Ist ein cooler Typ. Der hat's drauf. Küsst sie nicht eklig. Ist wirklich ein cooler Typ? Ist wirklich ein cooler Typ. Okay. Alex ist ein cooler Typ. Da ist noch ein anderer dabei. Der hat so einen eingedrückten Kopf. Kannst du dir vorstellen, so wie der Terminator am Ende aussieht. Ja, genau, ja. So sieht der aus. Und läuft halt auch immer so. So. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich hasse den. Aber der ist auch im Finale. Und dann so einen jungen, quirligen... Wie weit sind sie denn mit der Show? Ist jetzt, glaube ich, das Finale jetzt. Okay. Und hast du drei noch drin? Ja. Der eine, Maxim, so ein Roboter. Ja. Der ist rausgeflogen. Und der andere ist freiwillig gegangen. Nein. Und dann in den letzten fünf und geht dann freiwillig. Warum? Hat sich nichts entwickelt. Ist denn Bachelor in Paradise Material dabei? Von den Typen gewesen? Ja. Also sind richtig... Also sind schon richtige Idioten dabei. Ja, wirklich. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Da waren richtige schöne Idioten. Ja. Und auch dumme. Ja. Dumme. Aber und dafür aber muskulös. Und gepumpt und Bier trinken und... Ähm... Ich möchte mal ganz kurz was trinken. Ja. Von meinem nicht gesponserten Wolvik-Apfel. Und wie schmeckt's? Ja. Sehr gut. Ja. Okay, gut. Ja. Aber wie bist du? Bist du happy mit der Staffel? Ich bin happy mit der Staffel. Hat mir Spaß gemacht. Merkt man eigentlich, dass ich den Tisch sehr lange schon streiche? Nee. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Dann red einfach weiter. Ja. Die Staffel ist super. Sie kommt nicht an unsere Jessie ran. Ja. Die immer dünner wird. Auf den Fotos? Ja. Das macht's. Ich glaube, die wird so dünn, weil sie auf Instagram die hochlädt und damit nicht so viel Datenvolumen verbraucht wird. Deswegen wird die so dünn. Ja. Ja. Genau. Ja. Würdest du Nadine? Ja, schon... Das ist schon ein bisschen. Kommt schon an Necrophilie ran, ne? Aber... Weißt du halt das, ja. Ja, aber nee. Doch würde. Ja. Ist eine hübsche. Ist eine hübsche. Ist eine hübsche. Nadine Klein. Ist eine hübsche. Was machen wir denn, damit wir im Gespräch bleiben? Ja, ich hab ja gehört auf meinem Piano... Ich hab ja gehört, dass jetzt jeder Spasten einen Podcast hat. Ja. Und wir haben damals die Scheiße angefangen, würde ich sagen. Wir sind schuld, ne? Wir sind schuld. Wir sind Trendsetter. Ja. Machen wir einen Podcast? Lass mal reden. Ich würde sagen, wir machen einen Podcast. Wir werden weiterhin YouTube hier... Pflegen und hegen. Hegen und pflegen. Bloß haben wir halt leider wirklich das Problem, dass wir an zwei unterschiedlichen Orten sind. Ich lebe ja mittlerweile in L.A. Und bin mega erfolgreich und du in Marzahn, sodass wir uns nicht so oft sehen. Aber durch das gute alte Internet sind wir in der Lage, dann doch gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Geil. Geil. Das heißt, überall, wo es geile Podcasts gibt, wir werden das auch natürlich nochmal irgendwie auf unseren Instagram-Seiten verbreiten. Auch auf unserer Facebook-Seite. Ich auf meiner vor allem. Auf meiner Instagram-Seite. Ja, Young Boys Sparta. Ja, da, da... Ich blende das hier mal unten ein. Achso. Check das da einfach mal aus, denn überall, wo es geile Podcasts gibt, wird es dann den Lass mal reden Podcast geben. Aber es wird auch weiterhin YouTube-Videos geben. Ja, natürlich. Wir können das nicht einfach mit unserem Gewissen vereinbaren, dass wir das hier alle zwei Monate machen. Und wir haben einfach Gesprächsbedarf. Richtig. Und dann sprechen wir auch mal darüber, wie wir die, für unsere lieben Patreons, wie wir da mal das T-Shirt-Design, die jetzt schon ein Jahr dabei sind. Ganz genau. Das Lassmarin-T-Shirt. Es gibt nämlich Leute, die haben uns seit einem Jahr jetzt brav unterstützt. Für alle, die das noch wollen, checkt einfach mal unsere Patreon-Seite aus. Ansonsten... Für alle anderen, die sollten unsere Videos auschecken. Checkt unsere Videos aus. Like die, kommentiert die. Abonniert unseren Kanal vor allem. Ja, das ist das Entscheidende. Aktiviert die Glocke. Das Entscheidende hat er gerade nochmal unterstrichen. Das ist, abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Und erzählt vor allem euren Freunden, Müttern, Vätern, Bewährungshelfern, dass es uns gibt. Alle sollen das abonnieren. Und wenn wir dann bei 10.000 Abonnenten sind, moderieren wir eine Folge nackt. Ja, da lachst du noch. Jetzt. In dem Sinne, noch einmal angezogen, würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ja. Würdest du dich auch gerne verabschieden? Ich würde mich auch gerne verabschieden. Du hast doch bestimmt wieder was vorbereitet. Wie würdest du dich gerne verabschieden? Ich habe nichts vorbereitet. Nein? Nee. Nicht sowas wie Graf Zahl fällt unter die Kategorie alles, was zählt, was mich maßlos beeindruckt hat. Ja? Maßlos. Scheinohren. Kein Ohrn.